Fußball ist ein Ergebnissport und da möchte man immer positive Ergebnisse haben. Leider haben wir es jetzt nicht geschafft, nach dem Sieg gegen Paris hier in Amerika nachzulegen. Das ärgert mich schon. Wir haben hier in Amerika jetzt die doch sieben Tage sehr gut genutzt. Wir haben uns, glaube ich, körperlich auf ein höheres Niveau gebracht. Das hat man heute auch gesehen. Wir haben über 90 Minuten ein hohes Tempo gehen können. Das, was mir nicht gefällt oder bisher noch nicht gefällt, ist die Tatsache, dass wir defensiv noch nicht so stabil sind, wie ich mir das vorstelle. Nur, man muss auch ganz klar berücksichtigen, wir haben sehr viele junge Spieler dabei, die das erste Mal dabei sind, wo das Tempo ganz anders ist als in der A-Jugend bzw. in der U23, sodass das Fazit sehr, sehr positiv ist trotzdem. Und wir haben jetzt noch zwei bzw. drei Wochen vor uns, um uns auf den Supercup, auf das erste Pokalspiel bzw. dann auch auf die Bundesliga vorzubereiten. Wenn alle auch an Bord sind, dann wird der FC Bayern auch eine ganz andere Schlagfertigkeit haben. Und das wissen wir, aber das werden die anderen Mannschaften natürlich auch. Und das wird der FC Bayern auch eine ganz andere Schlagfertigkeit haben.